Herzlich Willkommen bei Gameplay Deluxe, hier ist wieder euer Zocker Andi. Wir spielen heute wieder Last Hope. ZACK BOOM BANG gehts gleich in Level 17 auf Schwer. Ja man, ab gehts. Nicht quatschen, machen. Erinnert mich an eine Fisherman's Friend Werbung. Was ist das denn? Jetzt kommen die da raus, lol. Wollen die uns verarschen? Ha! Okay. Gut, dann geben wir, ach so, jetzt ist das Ziel hier und die kommen hier raus. Aha. Und hier auch. Scheiße. Und hier auch. Oh. Okay, das heißt, die kommen jetzt nur von der Mitte, dann müssen wir die natürlich hier gleich begrüßen in der Mitte. Das heißt, die dürfen hier nicht mehr raus. Dann würde ich sagen, wir umzingeln die in jede Richtung ein so ein Ding, dass die hier nicht mehr weg können. So, du gehst dann ein bisschen hier hin. Und du gehst ein bisschen hier hin. So werden wir es machen. So, wo können wir noch ein bisschen was machen? Ich würde sagen, hier nehmen wir sogar zwei. Jo, und dann let's go. Ein bisschen upgraden das Ganze hier. Viel Kohle haben wir ja nicht mehr. So, let's go. Jo, das läuft eigentlich nicht so schlecht. Den ein bisschen upgraden, dann schießt er auch rein. Gut, wir müssen einfach sagen, dass die nicht rauskommen. Es ist einfach gesagt und auch hoffentlich einfach getan. Ich würde sagen, der ist am nächsten dran. Der soll da gleich reinheizen. Ups, jetzt haben wir mich verdrückt. Ah, den kann man auch steuern. Cool. So, wir lassen da mal was runter. Muss mal upgraden. Der Dicke kann hier wieder zwei hin. So, let's go. Können wir da vielleicht einen slower hin? Das wäre super. Und den dann ordentlich upgraden. Wave 2 von 4 haben wir. Sieht ganz gut aus soweit. Wie gesagt, den slower werden wir upgraden. So, ich will jetzt mein Dings haben. Hier, die 26. Kriege ich nicht, kriege ich nicht, kriege ich nicht. So, der Golem, der soll hier hingehen. So, nächste Wave. Locker, zackig, flockig. Da wird nicht rumgeeiert. Es läuft doch, Leute. So, den können wir auch upgraden. Dann schießt der auch noch rein. So, neue Muni hier. Ein Pfeilhagel als Willkommensgeschenk gibt es auch noch dazu gratis. Die kommen hier nicht raus, Leute, die Dreckszombies. Wir machen das. Jawoll. Es läuft. So, Raketen gibt es auch gleich als Boni dazu. Alles wunderbar. Die haben keine Chance gegen uns. We are the best. So, der steht ein bisschen weit weg hier, der Tower. Und Wave 4, die letzte. Keinerlei Stress, keinerlei Problem, Leute. Das läuft. Raketen gibt es als Bonus. Jetzt kommen sie ein bisschen raus. Aber das ist kein Problem. Wir werden hier Wetter upgraden. Die haben keine Chance gegen uns. Denn wir sind der Zombie-Vernichtungs-Master. Den Titel gönne ich mir jetzt mal. Die werden sogar noch in der Hütte erschossen. Wie geil ist das denn? Ja, wenn das nicht läuft, Leute, dann weiß ich auch nicht. Und das auf schwer. Zombies, ihr könnt uns mal. Und zwar obermäßig hyperkreuzweise. Und das dreimal täglich. Aber nicht von hinten, bitte. Das ist zu pervers. So, ich schieße schon daneben. Egal, wir haben gewonnen. Ja, denen haben wir es gezeigt, Leute. Das einzige, was mir jetzt ein bisschen zum Nachdenken bringt, das ist halt blöde. Ich glaube, ich sollte eher die Parts zusammenlegen. Ein Part, eine Folge, das ist normalerweise so, mache ich es bei Bloons. Aber ich meine, ich kann da keine 3-4 Minuten Parts machen. Das ist dämlich. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache jetzt. Die Aufnahme steht mal. Aber beim Rendern weiß ich noch nicht, wie ich da mache werde. Das ist ein bisschen eine kurze Folge denn hier. Das ist, ja, so eine halbe Geschichte. Ich würde gerne diesen MG Tower haben. Aber da braucht man nur Moos. Und aborts habe ich auch keine. Das dauert nur ein bisschen. So. Hero. Ja, die leveln auch nicht wirklich. Könnten uns einmal andere Heroes leisten. Was gibt es denn hier so schönes? Der hat eine Pumpe oder was? Oh. Fernkampf halt. Sherry, der sieht ein bisschen aus wie der Typ von Walking Dead da. Wie heißt er? Oh, wie heißt denn der Typ? Keine Ahnung. Der Hauptdarsteller da, der von Anfang an dabei war. Der Vater da von dem Jungen. Boah, jetzt fällt es mir nicht ein. Ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben. Aber so sieht der ein bisschen aus, oder nicht? Aber ohne Scheiß. Haha, lustiger Typ. Was hat denn der da? Oh, jeder hat halt was anderes hier. Special. Der hat Minen. Gut, das muss ich jetzt nicht haben. Was heißt du? Raketenangriff. Wow. Und ein Super-MG. Wow. Wow. Gut. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. Musik 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 Musik